Um nicht nur die Qualität, sondern auch die Funktionalität des heutigen Produkts vernünftig zu erklären, musste ich mir einfach ein bisschen mehr Zeit nehmen. Allerdings will ich davon auch nicht mehr als nicht verschwenden und würde sagen, wir kommen direkt zum Test des Creative H6. Es ist ein Gaming-Headset und es kostet nur, anders kann ich es einfach nicht sagen, nur knapp 65 Euro. Und was es in Anbetracht der Qualität und der Funktionalität eben für diesen Preis bietet, ist meiner Meinung nach so beeindruckend, dass ich im Prinzip eigentlich schon das Fazit jetzt vorab wegnehme. Absolut empfehlenswert und ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass bis zu einem Preispunkt von knapp 100 oder sogar knapp drüber, das im Moment absolut meine Empfehlung ist. Und jetzt wollt ihr wahrscheinlich wissen, wieso? Und genau das sehen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Für die 70 Euro, die ihr knapp ausgeben müsst, ein bisschen weniger sogar, bekommt ihr folgendes. Natürlich den Kopfhörer selbst, auch ein 2 Meter langes USB-Kabel. Denn das Besondere hier ist, dass ihr eben nicht unbedingt ein 3,5 Millimeter Klankenkabel nutzen müsst. Das heißt, ihr braucht keinen Kopfhörerverstärker oder vielleicht eine Soundcard oder sonstiges. Das funktioniert nur so. Natürlich könnt ihr allerdings auch ein Klinkenkabel nutzen. Und das heißt eben auch, dass dieses Headset absolut kompatibel zu nahezu allem auf dem Markt ist. Das heißt, ob es jetzt eine Xbox 1 ist, obwohl ich gehört habe, dass ihr für das Mikrofon dort eben den 3,5 Millimeter Klinkenanschluss braucht. Aber eine PS4, Nintendo Switch, Mac oder auch PC werden hier alle gecovert. Was ihr dann auch dazu bekommt, ist, wie ihr hier schon sehen könnt, ein abnehmbares Mikrofon. Das ist sehr, sehr flexibel, wobei mir aufgefallen ist, nach einer Weide dreht es sich eigentlich immer so ein bisschen in seinen Ursprungszustand zurück. Aber das passt. Und dann gibt es auch noch ein Klinkenkabel, 1,5 Meter lang dazu, das ich leider nicht mehr finden kann. Allerdings denke ich mal, ihr wisst, wie das aussieht. Und wenn wir schon vom Aussehen reden, kommen wir jetzt zum Design. Und hier muss ich sagen, gefällt es mir eigentlich relativ schön, da es relativ dezent gestaltet ist, relativ minimalistisch. Natürlich hat es auch RGB-Geleuchtung, wie ihr heutzutage eigentlich fasten müsst. Die könnt ihr natürlich auch ausschalten. Ist es von der Verarbeitung her, muss ich sagen, auch relativ ordentlich. Also es ist jetzt nicht extrem hochwertig. Ich denke mal, bei dem Preis kann man das nicht wirklich erwarten. Und es gäbe vielleicht nur, abgesehen von der sonst guten Verarbeitung und guten Materialien, zwei Dinge, die ich vielleicht leicht bemängeln könnte. Das wäre einerseits vielleicht hier die Polsterung, die nahezu nicht vorhanden ist. Allerdings hat das auch zum Glück keinen negativen Einfluss auf den Komfort. Ist es dann vielleicht die Kopfbandrasterung, die mir einfach ein bisschen zu los ist. Die verstellt sich einfach zu oft auf dem Kopf selbst dann nicht mehr. Aber wenn ihr sie absetzt oder aufsetzt, das war eine kleine, störende Sache. Allerdings auf der anderen Seite dann wieder bekommen wir hier sehr, sehr gute Ohrpads. Denn was mir hier so gut gefällt, ist erstmal, dass der Ausschnitt groß genug ist. Und ich habe ja sonst schon relativ oft das Problem, dass mein rechtes Ohr irgendwo anliegt. Hatte ich hier nicht. Dazu ist es auch noch tief genug. Wobei die Polster so weich sind, aber jetzt nicht unbedingt nachgeben, dass ihr auch in der Tiefe absolut keine Probleme haben solltet. Und auch keine Probleme solltet ihr haben mit eben dem Schwitzen im Sommer. Denn diese, wie ihr vielleicht schon hören könnt, sind sehr, sehr atmungsaktiv. Und das gefällt mir. Das heißt, ihr könnt sie stundenlang annehmen, ohne dass es weich wird, ohne dass es warm wird. Und falls die euch eben doch nicht gefallen, sind sie abnehmbar, falls ihr vielleicht bessere haben wollt. Wobei ich mir das fast nicht mehr vorstellen kann. Und da es sich hier eben auch um ein USB-Headset handelt, gibt es auch noch ein paar Tasten. Hier in Form des Monitor-Buttons. Wie laut ihr euch dann selber hört, könnt ihr in der Software einzeln, zu der wir später noch kommen. Dann gibt es ein Lautstärke-Rad, ein Mute-Button fürs Mikrofon. Eben den schon vorher genannten 3,5 Meter Klinkenanschluss. Micro-USB, also USB-C wäre meiner Meinung nach nicht von Vorteil, denn es ist ja nur für die Daten. Es lädt ja nicht oder irgendwas sonstiges. Ansonsten hier eben noch der Anschluss fürs Mikro und auch noch ein Equalizer-Button. Dann habe ich sonst nicht wirklich mehr zu sagen und würde sagen, wir kommen zum Komfort. Ihr seht schon, es sieht gut aus und es fühlt sich auch gut an. Denn ich muss sagen, es ist sehr, sehr bequem auf lange Zeit. Einfach aufgrund dessen, dass es sehr, sehr unauffällig auf den Kopf wirkt. Denn ich habe schon erwähnt, dass das Kopfball nahezu nicht gepolstert ist. Und das haben sie eben erreicht auf eine wirklich komfortable Art und Weise, indem sie den Anpressdruck von der Seite ein klein wenig erhöht haben. Und deswegen die ganze Gewichtsverteilung. Und bei einem Gewicht von hier, weiß ich nicht wie viel Gramm, was auch keine Rolle spielt, das allerdings auf jeden Fall noch einen angenehmen Level spielt, ist das Hauptgewicht auf den Ohrpolstern. Und das ist eigentlich nur als Abstützung oder als Maß eben zu Ohren-Euren gedacht. Also ihr merkt davon im Prinzip eigentlich nahezu gar nichts. Und dadurch, dass die Anpresskraft zwar höher ist, wird das allerdings relativ gut durch die weichen Ohrpolster wieder ausgeglichen. Aber da die eben nicht so stark nachgehen, wie ich erwähnt habe, habt ihr auch einen sehr, sehr sicheren Sitz. Also die werden nirgends hingehen. Das heißt, die stundenlange sehr guter Komfort und eben dadurch, dass sie auch Luft durchlassen, auch ohne Erwärmung. Allerdings gibt es vielleicht hier noch die Isolierung zu erwähnen. Denn normalerweise, wenn ihr diese perforierten Materialien habt, die wenig mehr Luft durchlassen, habt ihr auch eine schlechtere Isolierung. Das ist hier nicht wirklich der Fall, denn Creative hat so eine eigene Technik, die eben so eine Art Noise-Canceling-Passives bietet. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Und was ihr eben durchbekommt, ist ein bisschen durch die Pads. Wobei ich eben immer noch sagen muss, gerade vielleicht im Vergleich zu einem HyperX Cloud 2 oder Alpha hier, ist das in etwa auf dem gleichen Level mit einem geschlossenen, die sonst allerdings mit Lederpads herkommen. Was ihr jetzt persönlich vom Komfort besser findet, ist eine Geschmackssache. Aber das war es jetzt zum Komfort. Was wir jetzt noch einmal behandeln wollen, ist das Mikro. Und dazu habe ich jetzt eine Demo. Tja, und das hier wäre jetzt nun der Mikro von Test des Creative H6. Allerdings, wie auf dem Video sehen wir, mit dem Voice-Clarity-Feature oder eben auf Deutsch Stimmen-Klarheits-Feature noch ausgeschaltet. Ich werde es allerdings später noch einschalten, nicht nur damit ihr hört, wie groß der Unterschied ist, sondern umso mehr, um zu demonstrieren, wie groß die Verbesserung ist. Von der Position habe ich es gerade außerhalb meines Sichtfelds, sodass es mich nicht stört. Und bei der Distanz ist mir aufgefallen, dass diese keinen wirklich großartig hörbaren Einfluss auf den Klang hat, weder negativ noch positiv. Denn sonst geht man ein wenig näher, bekommt ein wenig mehr Fülle. Allerdings auch teilweise ein paar störende Plosionsgeräusche. Dafür entfernt man es ein bisschen, verliert ein bisschen an Körper. Die Plosionsgeräusche sind alles weg. Da wir das hier nicht wirklich haben, müsst ihr euch nicht wirklich großen Kopf darüber machen. Allerdings könnt ihr den Klang auch nicht unbedingt zusätzlich noch verbessern. Was aber auch nicht wirklich unbedingt nötig ist. Denn wie ihr jetzt schon hören könnt, ist der Klang wirklich sehr schön ausbalanciert. Er ist weder zu boomig oder zu dünn. Also das haben sie wirklich gut abgestimmt. Und wenn es jetzt eine Sache gibt, die mich doch ein wenig stört, dann ist es vielleicht das doch recht laute Grundrauschen, das jetzt vielleicht nicht ganz so super ist. Aber bevor ich das noch demonstriere, wie viel besser das durch die Noise Reduction wird, würde ich sagen, kommen wir jetzt noch zu den Gaming-Geräuschen wie der Maus. Der Tastatur. Ein wenig übertriebener Atemgeräuschen. Und P-Lauten. Also hier macht die Position vielleicht noch den größten Unterschied, aber eben wie schon gesagt, sehr, sehr gering. Würde ich sagen, schalten wir jetzt mal Voice Clarity oder Stimmenklarheit ein. Und ich denke mal, der Unterschied ist jetzt direkt hörbar. Er ist enorm. Denn gerade Noise Reduction und auch Smart Volume sind zwei wirklich super Features, denn der Klang wird automatisch so viel sauberer. Ihr habt im Prinzip gar kein Hintergrundrauschen mehr. Das macht das Mikro anfangs schon von einem guten zu einem absolut herausragenden. Denn dann gucken wir jetzt noch mal die restlichen Features an, wie zum Beispiel Smart Volume mal ausgeschaltet. Dann merkt ihr wahrscheinlich direkt, dass der Klang deutlich leiser wird. Deswegen meine Empfehlung, schaltet es einfach an. Denn der Klang wird generell nicht nur lauter, denn auch die Grundgeräusche werden nicht lauter. Und der ganze Klang wirkt für mich einfach passender. Die Lautstärke wird einfach selbst geregelt. Da eben smart. Muss ich sagen, Echo Unterdrückung selbst macht jetzt kaum einen wirklichen Unterschied. Vielleicht in bestimmten Situationen ist das eben nach eurem Belieben einzustellen. Und Noise Reduction eben ausgeschaltet. Dann habt ihr den Standard Sound, wie eben schon zu hören, ist das dann einfach ein bisschen zu laut vom Rauschen. Deswegen würde ich sagen, Noise Reduction ein, Smart Volume ein und Echo Unterdrücken je nachdem. Und dann habt ihr ein wirklich herausragend gutes Mikrofon, das ich in der Preisklasse so noch nicht gesehen habe. Und es ist nicht nur sauber. Okay, ihr verliert vielleicht ein bisschen an Klarheit, denn es wirkt ein kleines bisschen dumpfer. Aber generell, ich denke mal, ist es ein sauberer Klangspieler vielleicht ein bisschen wichtiger, da dann keine Ablenkungsgeräusche da sind. Und gerade die möchte ich euch jetzt eben nochmal demonstrieren, wobei diese durch die Noise Unterdrückung oder Geräuschunterdrückung nicht wirklich groß verändert werden. Jetzt nochmal die Maus. Keyboard. P-Laute. Und wieder mal übertriebenes Atmen. Also wie schon gesagt, da gibt es keinen wirklich großartigen Unterschied. Allerdings muss ich sagen, sind die noch erträglich, denn sie sind relativ natürlich und positioniert es ein bisschen weiter weg. Könnt ihr sie zumindest ein bisschen im Griff halten, wenn auch eben nicht zu viel. Muss ich am Ende immer noch sagen, es ist ein wirklich sehr, sehr gutes Mikrofon, gerade in der Preisklasse. Ich denke mal, das ist sogar mit Abstand das Beste, das ich bis jetzt hier im Test hatte. So, die Demo habt ihr jetzt gehört. Allerdings, falls ihr jemand seid, der schon eine Soundkarte hat oder anderweitig irgendwas zum Anschließen und wissen möchte, wie klingt denn das Mikro mit was anderem, dann hätte ich hier zum Beispiel noch das Soundblaster Creative Soundblaster G6. Das ist ein Kopfhörerverstärker, aber auch eine externe Soundkarte. Und wie es eben damit klingt, hört ihr jetzt. Und um die Mikrofondemo jetzt zu beenden, habe ich hier noch das H6-Mikrofon, allerdings diesmal angeschlossen am Creative G6 Kopfhörerverstärker slash externe Soundkarte. Nur damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, wie denn der Klang wäre ohne die USB-Verbindung. Und ich denke, die auffälligste Sache ist direkt die, die ihr wahrscheinlich am wenigsten hören könnt. Nämlich das nahezu komplette Nichtvorhandensein des Grundrauschens, das ich am USB-Anschluss noch leicht bemängelt habe. Das möchte ich jetzt kurz mit ein paar Sekunden Ruhe demonstrieren. Wie ihr jetzt wahrscheinlich eben wohl nicht gehört habt, ist das jetzt ein deutlich sauberes, klares, hochqualitativeres Signal. Und qualitativ selbst vom Klang selbst, würde ich sagen, liegen wir jetzt irgendwo zwischen der USB-Lösung Voice Clarity angeschaltet und ausgeschaltet. Das heißt, der Klang ist jetzt immer noch ein kleines bisschen dumpfer als im Vergleich zu Voice Clarity aus. Allerdings im Vergleich zu jetzt Voice Clarity an, ist das jetzt doch ein bisschen sauberer, ein bisschen klarer, allerdings eben auch ohne das Grundrauschen. Und das am Ende des Tages, muss ich sagen, ist eine wirklich schöne Lösung, wenn ihr nochmal eben abwerken, schöneren Klang haben wollt, ohne neue Redaktion nutzen zu wollen. Das habt ihr hier nämlich sowieso nicht als Feature vorhanden. Deswegen müsst ihr das abwägen. Aber eine schöne Lösung, muss ich sagen. Und weiter mit dem Test. Okay, ich denke mal, ihr wisst jetzt ganz genau, wie sich das Mikro im Prinzip allen Lagen anhören wird. Und deswegen würde ich sagen, kommen wir jetzt zum nächsten wichtigen Punkt, eigentlich sogar zu dem Herzstück der Software. Denn diese, muss ich sagen, hat einen riesen Einfluss auf das ganze Erlebnis. Und okay, sie sieht jetzt vielleicht vom Layout nicht so super aus. Das könnte vielleicht ein bisschen adaptiver sein, da wir hier sehr, sehr viel verschwendeten Platz haben. Aber ihr habt ja auch dafür wirklich schnell Zugriff auf alle wichtigen Funktionen, wie zum Beispiel hier bei der Beleuchtung. Hier könnt ihr die Farbe einstellen, natürlich auch den Mod, wie zum Beispiel jetzt pulsieren und so weiter und so fort. Könnt ihr dann auch Zugriff auf den Equalizer haben, dann auch die Acoustic Engine, zu der wir gleich noch kommen, und den Scout Mode. Das seht ihr hier allerdings noch extra. Das heißt, ihr könnt hier eben Sachen wie Surround einstellen, Crystalizer, Bass, Smart Volume, Dialog Plus. Und das ist wirklich sehr, sehr feinfühlig. Dazu komme ich gleich noch. Möchte ich jetzt allerdings noch kurz auf den Scout Mode eingehen. Und der funktioniert in etwa wie folgt. Mitten und Höhen in bestimmten Bereichen werden eben so geboostet, dass gerade eben bei Shootern, Schritte oder sonstige Dinge ein bisschen besser hörbar sind. Ich sehe es allerdings auch so, mit einem kleinen Nachteil, dass auch Hintergrundgeräusche, wie zum Beispiel Windgeräusche und Ähnliches, eben genauso geboostet werden, was dadurch wieder ablenkend sein kann. Was mir zudem auch noch aufgefallen ist, wenn ihr den Scout Mode nutzt, wird die Soundbühne ein bisschen kleiner, dadurch auch das Imaging ein bisschen schwerer. Und ihr könnt zwar sehr, sehr gut hören, wo Schritte, also dass Schritte kommen, allerdings nicht ganz so gut die Distanz und eben auch, woher sie kommen. Also das bitte im Auge behalten. Wobei, für manche ist es eben in manchen Spielen vielleicht wichtiger, einfach nur Schritte zu hören und nicht, woher genau sie kommen und wie weit sie entfernt sind. Dann gibt es noch das Stimmenklarheitsfeature, das ich ja schon im Mikroteil drin hatte. Wie schon gesagt, bei Sound gibt es eben noch die einzelnen Optionen. Bei Stimme könnt ihr dann eben nochmal das einstellen. Beleuchtung hatten wir auch schon und deswegen kommen wir jetzt zur Konfiguration. Hier gibt es die Möglichkeit eben auszusuchen, ob es Stereo nutzen wollt, 5.1 oder 7.1 und beim Mixer eben noch die Lautstärkelevels einstellen. Aber nicht nur eben für das Mikrofon und die Wiedergabe, sondern auch für die Überwachung des Mikrofons. Bei der Einstellung dann noch eventuell Updates vollziehen oder Ähnliches. Würde ich sagen, war es das. Aber das, was es war, ist es auf einem sehr, sehr guten Level. Denn ich würde sagen, ab Werk bekommt ihr Stimmenklang ungefähr, denn wir müssen das Preis hier natürlich immer im Auge behalten, ungefähr was auf dem Level von einem Hyper Cloud 2 oder eben Alpha. Allerdings habt ihr hier eben noch so viel mehr Flexibilität durch diese Software. Ihr könnt, und das macht beim Spielen wirklich einen Unterschied. Und auch wenn ich jetzt nicht selbst unbedingt der Fan von 5.1 bin oder 7.1 und allzu vielen Surround-Effekten, wenn man, und das ist das Geniale hier, Surround, Crystalizer und die ganzen Optionen auf sich passend einstellt, wird man jetzt vielleicht als Spieler nicht wirklich besser. Aber das Spielerlebnis wird meiner Meinung nach einfach geboostet, da es einfach eh auf einen abgestimmt ist. Denn bei normalen 3,5mm Klinken-Headsets habt ihr den Klang so, wie er ist und dann muss er euch eben passen oder nicht. Hier ist er schon auf dem gleichen Level. Allerdings könnt ihr ihn ja mal anpassen. Ihr könnt euch den Sound so hinbiegen, wie ihr ihn haben wollt. Und dann habt ihr eben das Spielerlebnis, das auch ihr haben wollt. Und jetzt möchte ich auf noch ein paar Fragen eingehen, die ich relativ oft bekomme und diese nicht unbedingt ganz nachvollziehen kann. Aber ich möchte sie einfach mal klarstellen. Ich werde relativ oft gefragt, ist das und das Headset gut, um Schritte zu hören? Ist das und das Headset geeignet für Fortnite oder auch für PUBG? Und hier muss jetzt einfach eine Sache klargestellt werden. Ihr hört im Prinzip mit jedem Kopfhörer Schritte. Und darum geht es auch meiner Meinung nach weniger. Und es gibt auch keine Kopfhörer, die speziell für ein Spiel besser funktionieren als für das andere. Warum es bei der ganzen Sache meiner Meinung nach eher geht, ist darum, dass ihr Schritte nicht nur hören könnt, sondern eher, um diese besser positionieren zu können und gerade die Distanz. Und hier ist es auf einem Level, was ihr eben um 100 Euro erwarten könnt. Denn ihr könnt jetzt keine Wunde erwarten. Denn gerade wenn wir jetzt zum Beispiel von einem Sennheiser HD 58X reden, kosten allerdings auch knapp das Doppelte, dann bekommt ihr dort einfach einmal komplett andere Soundbühne. Dort fühlt ihr euch eben offen wie in einem Raum, direkt dort, ohne irgendwelche Limits. Hier klingt das immer noch eben wie bei einem geschlossenen Gaming-Headset und das kann man nicht verhindern. Wenn man mehr haben will, das bekommt man bei geschlossenen nicht. Allerdings, was ich eben nochmal erwähnen muss, was eben hier wirklich so gut ist, wenn es euch von der Soundbühne ein bisschen zu klein ist, könnt ihr die mit dem Surround-Mode oder dem 5.1-Mode oder so weiter ein bisschen erweitern. Allerdings behaltet im Kopf, je weiter ihr eine Bühne zieht, desto schlechter wird eigentlich das Imaging. Aber ihr könnt sie euch anpassen. Und gerade dann zum Beispiel in Spielen wie Formel 1 2018 habe ich durch das Mixen des Crystallizers, des Surround-Modes und so weiter mir eine Atmosphäre erschafft, die ich einfach intensiver fand. Ich habe einfach bestimmte Dinge so hingerückt, wie ich es haben wollte. Und dann klang das Ganze, wie es bei einem Rennspiel meiner Meinung nach nicht nötig ist, nicht mehr so weit. Und dann fand ich das einfach besser. Allerdings werden wir schon besser reden, wie sieht es mit der Lautstärke aus, denn die ist mir ja sonst nicht gut genug. Allerdings muss ich hier sagen, auch mit dem USB-Kabel bekommt ihr schon mehr als genug Lautstärke. Und ich muss sogar sagen, ich hatte ein bisschen Reserven. Und das ist schon für eben was USB-Betriebenes oder auch gerade wie bei Wireless-Headsets für mich schon ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Allerdings, wenn ihr jetzt eben meint, denn eine Sache müsste ich vielleicht als negatives erwähnen, das Grundrauschen bis ungefähr 60 ist noch okay, aber gerade ab 70 und lauter, was die meisten wahrscheinlich nicht nutzen werden. Also ich war öfter mal schon bei 80, wo die meisten Leute, denke ich mal, maximal bei 60, 70 sind, wo es noch okay ist. Da bekommt ihr ein bisschen ein Hintergrundrauschen, das manche Leute vielleicht stört. Und gerade bei gewissen Spielen, wo ihr eigentlich Stille haben wollt und auf alles achten wollt, könnt es leicht ablenken sein, was ich jetzt nicht so meine. Aber falls euch das stört, dann könnt ihr eben auch noch zum Beispiel den Creative G6-Kopfhörer-Verstärker oder Soundkarte nutzen. Denn dort ist dieses Hintergrundrauschen im Prinzip komplett weg. Ihr habt natürlich auch mehr Power. Und was das Gute ist und behaltet das vielleicht mal im Auge als mögliche Zukunftsinvestition, auch wenn mit knapp 130 Euro, wenn ihr den Code benutzt, eben den Code Nitpicker. Das wollte ich noch klarstellen, denn das gibt es für 65, 64 Euro, wenn ihr den Code Nitpicker nutzt auf der Creative Webseite selber, was auch der niedrigste Preis ist. Und 20% gibt es auch hier. Und ihr bekommt eben hier die Möglichkeit, eben das als Soundcard zu nutzen mit eben den extra Features. Natürlich gibt es dazu noch einen eigenen Test demnächst, denn dort wird, wie schon gesagt, das Hintergrundrauschen reduziert, aber auch das Hintergrundrauschen nahezu komplett, wie in der Demo gezeigt, bei dem Mikrofon stillgelegt. Allerdings bekommt ihr dann hier noch eben die Möglichkeit, zum Beispiel auch eben Lautsprecher anzuschließen. Ihr habt einfach nochmal mehr Power. Ihr habt einfach nochmal einen besseren Klang. Müsst allerdings eben auf Dauer wissen, ob euch das wert ist. Aber wenn ihr hier meint, mal irgendwann am Limit zu sein oder ihr wollt einfach noch ein saubereres Erlebnis, dann hat es nochmal das Potenzial, denn der Klang wird durch den Verstärker nochmal erhöht. Aber das Gute ist eben, ihr braucht ihn nicht. Und deswegen, beim Spielen habe ich ja so im Prinzip alles gesagt. Zur Power habe ich alles gesagt und deswegen würde ich jetzt zur Musik kommen. Und hier muss ich sagen, es ist für den Preis, muss ich sogar sagen, ein wirklich überraschend guter Allrounder. Also er kann im Prinzip alles, denn gerade beim Bass muss ich sagen, er hat jetzt vielleicht nicht ganz so einen stark betonten, aber auch nicht weit davon entfernten Bass im Vergleich zu den Cloud Alpha. Er ist allerdings gut definiert, erwartet jetzt natürlich nicht zu viel Tiefgang, erwartet nicht zu viel Präzision und auch nicht zu viel Klarheit oder so weiter. Aber er ist schön definiert und für den Preis bietet er wirklich alle Hand. Also es ist definitiv nicht boomig, denn ich habe das ja schon früher mal bei Headset Test öfter gesagt, es gibt diese zwei Extreme, also entweder Action-lastig, also mit sehr, sehr viel Bass oder eher Competitive Gaming-lastig. Und hier würde ich sagen, sind diese eher in der Mitte leicht zu Competitive tendieren. Das heißt, es sind keine Bass-Monster. Ihr könnt natürlich in den Optionen den Bass erhöhen und ihr bekommt ihn sehr gut, aber es wird kein extremer Monster, voluminöser Bass. Es ist eher Richtung Qualität im Bass als Quantität im Bass. Mitten haben wir dann auch meiner Meinung nach sehr schön gemacht, denn die wirken leicht vordergründiger als im Vergleich zu den Cloud Alpha, was ich persönlich ein bisschen mehr mag und die Höhen sind genauso klar. Und das ist eben die Basis. Dann könnt ihr mit den ganzen Enhancements an euch passend das eben noch angleichen und dann passen sie meiner Meinung nach für Bass-lastige Musik, auch für Popmusik, für Metal, alles gut. Und sogar würde ich sagen, sind sie anspruchsvoll genug als auch für klassische Musik oder eben detailliertere Musik. Die bekommt ihr hier. Natürlich vergessen wir nicht das Maß, das wir hier eben vom Preis anrechnen müssen. Da können natürlich höher, Klassikere noch mehr, aber hier eben in Anbetracht, dass es nur 70 oder 65 Euro sind mit gerade der Qualität des Mikros und so weiter, bekommt ihr schon ein Land. Und wenn ihr mich da jetzt eben fragen würdet, wie sieht es mit der Konkurrenz aus? Okay, ich komme zu zwei Stück, fange jetzt an mit den Cloud Alpha oder Cloud 2, die sind im Prinzip ja auf dem gleichen Niveau. Die kosten generell so 80 bis 100 Euro. Die Clouds teilweise im Angebot, die zwei ja noch ein bisschen weniger. Wenn ihr mich jetzt ganz ehrlich fragt, würde ich sagen, greift zu den H6. Einfach aus folgendem Grund, ihr zahlt ja eben meistens sogar noch weniger, bekommt allerdings das deutlich hochqualitative Mikrofon. Ihr müsst euch nicht darum kümmern, ob ihr eine Soundkarte braucht oder nicht, denn das ist schon dabei. Ihr bekommt eben nahezu ab Werk schon die gleich gute Qualität, also im bestimmten Rahmen ist das auf dem gleichen Level. Habt ihr allerdings so viel mehr Anpassungsmöglichkeiten, die ihr hier nicht habt. Ihr habt den meiner Meinung nach vielleicht auf Langzeit ein bisschen besseren Komfort, gerade im Sommer, da hier keine Hitze da ist, Komfort ist gut. Also hier passt eigentlich alles. und persönlich würde ich sagen, hat es mir vom Spielen ein ganz kleines bisschen besser gefallen. Also die Distanzeinschätzung und auch die Positionierung war hier minimalst, aber vielleicht macht das für manche den Unterschied eben besser, muss ich einfach so sagen. Und die nächste Konkurrenz, die ich erwähnen möchte, die ich allerdings selbst noch nicht mal testen konnte, allerdings schon auch ein paar Mal empfohlen habe, einfach nachdem ich so viel positiv ist, wie wir sie gehört haben, sind die Cooler Master MH751 oder 752. Die kosten momentan sogar die 752 60 Euro. Also normal ist der Preis so eher bei ungefähr so knapp 55 Euro für die 751 und knapp 70, vielleicht ein bisschen mehr, aber jetzt im Moment eben noch 60 für die 752. Der Unterschied zwischen den beiden ist, dass ihr bei den 752 eben noch einen USB-Dongle bekommt. Das heißt, ihr habt dort eben auch die Möglichkeit, das Headset nicht per Kabel zu nutzen, eben 3,5 Millimeter Klinke, sondern USB. Aber was ihr dort eben nicht bekommt, ist die Möglichkeit der Soundblaster Software, also dem Connect, denn dort bekommt ihr einfach nochmal so viel mehr Anpassungsmöglichkeiten, was ihr bei dem 752 nicht bekommt. Dort habt ihr eben Surround an oder aus, Mikrofon an oder aus und vielleicht die Lautstärkeregung und das war es im Prinzip schon. Ist für manche vielleicht die einfachere Lösung, aber wenn ihr flexibler haben wollt, dann seid ihr bei Creative richtig. Und vom Mikro habe ich auch gehört, soll es sehr gut sein, kann es selber, wie schon gesagt, nicht beurteilen. Vom Komfort so ziemlich eins der besten und dann noch eben ein Klang, der teilweise, habe ich gehört, bis 200 Euro spielen soll, wobei ich da noch von anderen gehört habe, die meinten, sie ziehen die Cloud Alpha den 751ern vor. Deswegen kann ich das nicht beurteilen. Was ich allerdings beurteilen kann und jetzt eben nochmal zusammenfassen möchte, sind die, oder ist das Creative H6. Ihr bekommt hier, muss ich einfach sagen, eine ordentliche Verarbeitung. Wie es jetzt auf lange Zeit aussieht, weiß ich nicht. Bei den Clouds habe ich schon öfter mal Beschwerden gehört. hier müsste sich das eben auf Dauer noch ausstellen. Meiner Meinung nach schönen Komfort, ein wirklich für die Preisklasse herausragend gutes Mikrofon, mit eben auch Noise Reduction, auch wenn die jetzt nicht so viel Noise reduziert, sondern eher das Grundrauschen. Habt ihr dann, wie schon gesagt, einen guten Langzeitkomfort, einen guten Klang, sie sind geeignet für Filme, für Musik und eben auch für Spiele, extrem anpassbar und tja, für 70 oder eben noch weniger Euro, was will man da mehr? Und da muss ich auf eine Sache noch zu sprechen kommen, denn das ist mir so aufgefallen bei dem Test, dass, hättet ihr mich vielleicht vor zwei bis drei Jahren gefragt oder mir gesagt, dass Gaming-Headsets im Prinzip schlecht sind, hätte ich euch absolut zugestimmt, denn die sind sonst vom Komfort nicht gut gewesen, der Klang hat nichts getaugt und die Mikros waren meistens absolut nicht nutzbar, die waren Schrott. Und in der Zeit, als eben die ersten guten aufgetaucht sind, gerade eben von HyperX, die dann so populär geworden sind mit, ich denke mal am meisten erwähnenswert wären die Cloud 2 oder auch die Alpha, sind sie meiner Meinung nach ein bisschen bequem geworden und haben sogar angefangen zu stagnieren, denn dort verändern sich die Preise nicht mehr nach unten, was eigentlich mittlerweile überall der Trend ist, gerade wenn man eben hochquattative Gaming-Headsets haben will und sie sind auch nicht wirklich auf dem Markt mit etwas, das hier konkurrieren kann, denn es gibt zwar die Cloud 2 mit dem USB-Dongle, aber auch das ist eben stark limitiert mit eben nur dem Surround und eben Mikro. Ihr habt dort nicht die Anpassungsmöglichkeiten, deswegen ist es meiner Meinung nach an der Zeit, dass HyperX hier wieder nachlegt, denn im Moment muss ich sogar sagen, von der Funktionalität her, vom Klang, vom Komfort in Anbetracht des Preises ist, das habe ich anfangs schon erwähnt, jetzt eben momentan, bis ich was besseres getestet habe, das Creative H6 meine absolute Empfehlung, also von denen, denen ich getestet habe, im Bereich um 100 Euro, ein bisschen plus, sehe ich einfach nichts, das so viel in dem guten Maß bietet. Das kann es vielleicht geben, aber eben noch ist es mir nicht untergekommen und wenn mich jetzt eben einer fragt, wird die Empfehlung nicht mehr Cloud 2, Cloud Alpha oder auch Sennheiser GSP 300 heißen, die heißt jetzt bei gerade 65 Euro eben Creative H6, denn ich weiß nicht, was man da irgendwie noch groß falsch machen könnte, denn die bieten alles, die bieten alles auf einem hohen Niveau und wenn ihr eben meint, das Niveau ist euch nicht gut genug oder in bestimmten Bereichen wollt ihr dann mehr, könntet ihr echt vielleicht drüber nachdenken, das G6 noch zu kaufen, wie schon gesagt, einen Test dazu gibt es, aber das, würde ich mal sagen, hebt das Ganze nochmal um ein Level ab, da einfach der Klang nochmal ein bisschen mehr Power hat, Bass wird definierter, die Höhen werden klarer, das Rauschen ist dann komplett weg, auch Mikrofon klingt ein bisschen besser, auch wenn ihr da vielleicht eben die Noise Reduction Funktion verliert, habt ihr dann auch eben noch die einfache Möglichkeit, Lautsprecher anzuschließen und das alles in einem schönen portablen Paket, das zwar teurer ist, aber wenn man das schon mal hat, ist das ein schönes Upgrade. Natürlich ist der Kopfhörer selbst wichtiger und der ist ja hier absolut sauber und deswegen würde ich sagen, beende ich das Video jetzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.